Er nimmt sich den Buggy wahrscheinlich, ne? Ja, er nimmt sich den Buggy. Oh, shit. Nur noch meine K. Er musste auch nachlangen. Ey, was zu kämpfen heute, Mann. Ich glaube, ich gehe hier nochmal ran. Gucken mal, ob hier welche sind. Außerdem brauche ich noch ein gutes Scope. Oh, shit. Der wurde weggesniped. Der hier close war mit seiner Waffe. Da unten. Na gut. Man braucht nicht immer einen Scope, Leute. Man muss nur auf den richtigen Moment warten. Ausrufe zeichnen Sonntag in dem Chat. Einen guten FPS-Shooter, den man spielen kann. Ich das wüsste. Ah, da hinten ist er. Okay. Ah, der parkt sein Auto ziemlich gut. Schade. Nice. Oh, da hinten ist noch einer. Oh, ich sehe ihn genau durch das Gitter durch. Oh, mein Headshot kam eher an als seiner. Puh. Ich hoffe mal, hier ist noch keiner oben. Ansonsten RIP, würde ich sagen. Just in dem Moment kommt einer. Just in dem Moment. Was ein Timing. Und bringt mir sogar einen Mustang mit. Da gehe ich lieber safe für den Buddy-Hit anstatt zum Kopfschuss. Der ist down. Halter Schwede, ey. Hier ist echt was los, Leute. Und das sind Miramar, ne? Miramar ist ja eigentlich immer so manchmal mega ruhig. Da liegt er jetzt. Da unten ist auch noch einer. Ja, der bewegt sich zu viel. Der dachte jetzt wahrscheinlich genau in dem Moment, wo ich geschossen habe, dass der Typ von vorne ihn irgendwie abschießen konnte. Da hinten. Aber hier ballert noch jemand. Oh, das war so kein Buddy-Hit. Der Typ, der will hier, glaube ich, pushen. Ja, der, der pusht da unten. Ich sehe ihn leider nicht. Ich glaube, der will auch die Reifen zerballern oder so. Der hier. Hm. Da unten kommt er. Ich boost mich erstmal voll. Und dann hole ich den. Und dann fahre ich los. Oh, 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 oh. Hm, leider ist hier sehr wenig Deckung. Ich glaube, ich hätte weiterfahren müssen. Oh, oh, oh. Fuck. Die sind alle tot. Was ist hier passiert? Alle tot, Leute. Das ist schon wieder fast die gleiche Zone, die ich vorhin hatte. Ich sehe ihn sogar. Ah, das war kein Kopfschuss oder was? Schade. Hätte mir mehr Zeit lassen müssen. Zum Zielen. Ripp. Hier muss irgendwo der Gilly-Typ noch sein. Da ist er. Ah, hier ist noch jemand anderes. Alter Schwede, was ist hier alles los, Mann? Was geht hier ab? Oh, hier liegt er. Ah, ich habe ihn gesehen. Vielleicht will er den Typen looten und weiß noch nicht, dass ich hier bin. Vielleicht hat er mich noch nicht gesehen. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Er hat mich noch nicht gesehen anscheinend. Da hinten der Typ oder was? Ne, nicht der. Boah, was ist denn mit meinem Scope los? Das wackelt voll. Seht ihr das? Wieso wackelt das so? Alter Schwede, was ist hier los? Wieso sind hier so viele Leute? Leben sogar nur noch zwei. Einer links und einer in dem Haus, glaube ich. Der Typ in dem Haus, der war da irgendwo. Da ist sogar noch die Zone, na super. Noch besser. Oh fuck ey, das ist ein Hack. Oh nein. Das ist sehr wahrscheinlich ein Hack, Mann. Der muss ich killen. Schon allein die Einschläge. Kann ich euch gleich sagen, Leute. Das ist nicht normal, was jetzt gerade hier passiert. mit dem Typen. Ich muss voll aufpassen. Ich muss mir auf jeden Fall den Replay von dem Typen angucken. Weil so schießt eigentlich keiner auf die Distanz. Auf jemanden. Nicht mit der Genauigkeit. Ja ja, mach du deine Double Shots hier. Ich kann nur hoffen, dass er in der Zone irgendwie stirbt. Ich kann nur hoffen, dass er in der Zone nicht stirbt. Ja ja ja. Legit, mein Freund. Sehr legit. Hört sich das an. Oh, nice. Nice. Wun. Gib ihm, gib ihm. Hatten er die bekommen. Oh. Hatten er, die bekommen. Hört sich. Hört sich. Oh. Jetzt ist er. Hört sich. Gibt's doch nicht ey. Nice, okay. Vermutlich ein Hacker gekillt. Wir müssen uns den Replay von dem Typen angucken. Ich will unbedingt wissen, wie der so schießen konnte auf die Distanz. Vorautomatisch und so. Das war ein bisschen extrem jetzt gerade, muss ich sagen. Wie der hier getroffen hat. Und geschossen hat auch. Hm. Tja, jetzt ist die Frage, wo ist der Typ mit dem Dreierhelm jetzt hier, ne? Puh. Der weiß halt ungefähr, wo ich bin. Das ist so sein Vorteil. Ich weiß halt nicht mehr, wo er ist. Aber der hat auf jeden Fall schon einen Headshot weg. Also, ich glaube aber, der hat seinen Dreierhelm immer noch. Wenn er blöd war, dann ist er noch nicht vorgepusht. Aber ich glaube, er ist schon vor. Der wird bestimmt schon auf meiner Seite sein irgendwo. Naja, der ist nicht mehr in der Halle. Der hat die Zeit genutzt. Gegenüber ist auch noch ein bisschen drin. Der wird, denke ich mal, hier irgendwo in einem dicken Haus sein. Oder was das auch ist, dieses komische. Okay. Hm. Also, theoretisch könnte er da sein. Ich pokere jetzt einfach mal, dass er nicht da ist. So. In dem Hütchen. Hütchen ist halt nicht mehr drin. Okay. Habe ich hier, glaube ich, eine gute Ecke. Wo ich dann den up-aimen kann. Ah, nee. Das ist eine Kack-Ecke, Mann. Shit. Oh. Oh. Oh, scheiße. Ich dachte, er wäre noch links. Oh, mein Gott. Noch geholt. 15 Kills. Noch einen Win. Vierter Win heute schon. Heute geht's los zum Wochenende. So muss das lauten. Oh, das ist ein Win. 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 Bis zum nächsten Mal.